Als die Geschichte beginnt, sehen wir ein Auto, das schnell eine einsame Straße entlang rast. Aber plötzlich kommt es zu einem abrupten Stopp, was den Fahrer verwirrt zurücklässt. Er steigt aus dem Auto, fühlt sich besorgt und hält sein Telefon zum Trost fest. Doch zu seinem Entsetzen stellt er fest, dass der Akku des Telefons leer ist und er steckt, während die Sonne untergeht. Er schaut sich um, entdeckt ein nahegelegenes Haus und hofft dort Hilfe zu finden. Als er sich nährt, bemerkt er jedoch, dass es leer steht und ein unbehagliches Gefühl in ihm aufkommt. Beim Blick in den Keller überkommt ihn ein Gefühl des Schreckens, das ihn schnell zurückweichen lässt. In seiner verzweifelten Flucht wird er Opfer einer versteckten Falle, einer erbarmungslosen Schlinge aus scharfen Eisenstangen. Schmerz durchdringt seinen Körper, als das grausame Metall sein Fleisch durchdringt und sein tragisches Schicksal im Griff der Dunkelheit besiegelt. In der Zwischenzeit wartet Officer Colt auf die Ankunft von FBI-Agent Francis, der nichts von den eigenartigen Ereignissen ahnt, die sich entfalten. Anderswo tritt Jackson aus seinem Haus und stolpert über eine leblose Leiche, das Opfer überwältigender Angst, und bereitet sich hastig darauf vor, sie zu begraben, ohne von den rätselhaften Vorkommnissen um ihn herum zu wissen. Als Colt schließlich auf Francis trifft, teilt er besorgniserregende Nachrichten über einen Vermisstenfall mit. Gemeinsam begeben sie sich zur Polizeistation, wo sie auf den Sheriff treffen. Francis vertieft sich in die Details von Jacksons Frau Maria und ihrem Sohn Jonah, die beide spurlos verschwunden sind. Zu dem Rätsel kommt hinzu, dass Jackson selbst nicht aufzufinden ist. Francis bemerkt etwas Eigenartiges. Es wurde keine Meldung von ihm über die Verschwinden gemacht. Stattdessen war es Marias Schwester, die selbst die Initiative ergriff und die Behörden in Tane alarmierte. Diese Enthüllung erscheint Francis als seltsam, was ihn dazu veranlasst, Marias Schwester für weitere Nachforschungen zu besuchen. In der Zwischenzeit bleibt Jackson in seinem Haus, ringt mit überwältigender Verzweiflung. Doch eine beunruhigende Beobachtung fällt auf, Jacksons Ausbrüche hallen laut aus seinem Keller wieder und deuten auf verborgene Unruhe unter der Oberfläche hin. Im Keller breitet sich ein Gefühl der Unruhe aus, während ein seltsames Geräusch die Luft erfüllt, das deutlich nicht menschlich und unheimlich ist. Unterdessen gehen Francis und Colt weiter vor, um Marias Schwester Teresa zu befragen. Trotz ihrer Bemühungen bleibt Teresa verschlossen und deutet darauf hin, dass ihr Mann Jackson für das Verschwinden ihrer Schwester und ihres Neffen verantwortlich sein könnte. Mit dieser beunruhigenden Enthüllung wenden sie sich rasch Jacksons Wohnung zu, begleitet von Francis Gold, auf der Suche nach Antworten. Als sie sich Jacksons Wohnung nähern, erwartet sie ein unheimlicher Anblick. Das Auto des Fahrers, das zu Beginn des Films vorhanden war, steht draußen geparkt und dient als schauriger Markierungspunkt für die sich entfaltenden Ereignisse. Unbeeindruckt wagen sie sich ins Haus, nur um mit einem plötzlichen Angriff konfrontiert zu werden. Jackson überfällt sie und schießt ohne Vorwarnung auf Francis. Doch es gelingt Francis, ihn auszumanövrieren, indem sie einen cleveren Trick anwendet, um Jackson zu entwaffnen und ihn mit Handschellen zu fesseln. Mit Jackson unter Kontrolle weist Francis Colt an, draußen wachsam zu bleiben, während sie ihre Ermittlungen im Haus fortsetzt. Trotz Jacksons Flehen und Versuche, sie abzubringen, hält Francis an ihrer Suche nach der Wahrheit fest. Nach einer gründlichen Durchsuchung entdeckt Francis entscheidende Beweise in Jacksons Haus, die Licht ins Dunkel des sich entwickelnden Rätsels bringen. Trotz ihrer Bemühungen wird jedoch kein belastendes Material gefunden, das Jackson als Täter überführt. Unterdessen nutzt Jackson draußen eine Gelegenheit, seinen Sohn von den Handschellen zu befreien, nur um erneut vom Gericht festgenommen zu werden. Währenddessen macht Francis in ihrem Ermittlungsprozess im Haus eine überraschende Entdeckung im Keller. Als sie das leise Bellen eines Hundes hört, steigt Francis in den Keller hinab, wo sie mit einem schockierenden Anblick konfrontiert wird. Jackson hat jemanden, etwas abstoßendes und entsetzliches, in einen Käfig gesperrt. Francis ist von dem Anblick entsetzt und erkennt, dass die Kreatur keine irdische Existenz ist. Sie konfrontiert Jackson und verlangt eine Erklärung für das seltsame Wesen. Jackson enthüllt, dass der Gefangene keine Kreatur ist, sondern ein von ihm gefangener Alien. Nach Jacksons Aussage wurden seine Frau und Kinder Wochen zuvor von Aliens entführt, was ihn dazu veranlasste, Vergeltung zu üben und einen von ihnen einzusperren. Er plant, das gefangene Alien als Druckmittel einzusetzen, um die Rückkehr seiner Familie zu verhandeln. Die Ungläubigkeit von Francis und Jackson wandelt sich schnell in Skepsis, und sie lehnen die Geschichte als absurd ab. Entschlossen, Gerechtigkeit zu suchen, beschließen sie, Jackson den Behörden zu übergeben. Ihre Pläne werden jedoch durchkreuzt, als sie feststellen, dass die Autobatterie leer ist und ihre Telefone nutzlos sind. Die Enthüllung der leeren Batterie wirft Licht auf den früheren Autounfall und deckt ein düsteres Muster auf. Während Spekulationen aufkommen, wirbelt plötzlich eine bedrohliche Wolkenwalze am Himmel, ein Zeichen für einen bevorstehenden Sturm. Als Jackson die drohende Gefahr spürt, ruft er Francis und Colt dringend in sein Haus. Drinnen wird die Atmosphäre angespannt, Blitze zucken über den Himmel, und ein wilder Sturm bricht über sie herein. Mit dem tosenden Sturm draußen beschließen Francis und Colt, das Unwetter abzuwarten, bevor sie weiterziehen. Doch als der Sturm nachlässt, erwartet sie eine überraschende Entdeckung. Draußen liegt Maria, Jäkschens Frau, bewusstlos und den Elementen ausgesetzt. Ihr verwundbarer Zustand wirft weitere Fragen auf, mitten in den Nachwirkungen der übernatürlichen Ereignisse. Jackson eilt mit seiner Frau ins Haus, wo sie langsam das Bewusstsein wiedererlangt und sich um ihren Sohn kümmert. Als die Familie wieder vereint ist, liegt die Schwere der jüngsten Ereignisse in der Luft. Unter intensiven Verhören hat Jackson Schwierigkeiten, zufriedenstellende Antworten zu liefern. Frustriert und verzweifelt nach Antworten greifend, konfrontiert Maria Jackson und gibt ihm die Schuld für ihre Qualen. In einem Moment der Wahrheit gesteht Jackson schließlich Francis seine erschütternde Erfahrung, die zu ihrer Entführung führte. Er enthüllt, wie die plötzliche Krankheit seines Sohnes ihn dazu brachte, seinen Glauben zu hinterfragen, nur um in eine schreckliche Begegnung mit außerirdischen Wesen verwickelt zu werden, die Maria und Jona entführten. In einem verzweifelten Versuch, die Freilassung seiner Familie zu sichern, schnappte Jackson sich ein gefangenes Alien, um es als Druckmittel in Verhandlungen mit den außerirdischen Wesen zu verwenden. Er erzählt, wie sein Großvater vor Generationen ebenfalls auf diese überirdischen Besucher gestoßen war und eine Verbindung herstellte, die die Zeit überdauerte. Während Jackson mit seinen Erinnerungen ringt, signalisieren die aufgeregten Ausbrüche des gefangenen Aliens bevorstehende Gefahr. Im Bewusstsein der bevorstehenden Ankunft der Aliens handelt Jackson sofort, indem er den Generator eilig hochfährt, um der schwindenden Batterie entgegenzuwirken. Da die Zeit knapp wird, sichert Jackson sein Zuhause, indem er abschreckende Maßnahmen strategisch platziert, um unerwünschte Besucher von zu halten, während er sich auf die unausweichliche Konfrontation mit dem Unbekannten vorbereitet. Als Frances in den Keller hinabsteigt, steht sie plötzlich einem außerirdischen Angreifer gegenüber, bereit zuzuschlagen. Schnell reagierend, feuert sie mehrere Schüsse ab, und das Alien verschwindet in der Luft. Doch die Erleichterung währt nur kurz, als Jackson am Ort des Geschehens eintrifft und feststellt, dass ihr geliebter Hund dem Alien-Angriff zum Opfer gefallen ist. Von Wut übermannt, entfesselt Jackson seinen Zorn auf das gefangene Alien und greift in einem verzweifelten Versuch nach Antworten auf Folter zurück. In einem Anflug von Verzweiflung beißt er einem der Finger des Aliens ab, bevor er aus dem Keller auftaucht, getrieben von einem neu gefundenen Entschluss, die Wahrheit, die unter der Erde verborgen liegt, ans Licht zu bringen. Während Jackson eifrig gräbt, kommt eine schockierende Enthüllung zutage. Unter der Erde befindet sich ein mysteriöses Feld, eine Verbindung, durch die Aliens herbeigerufen werden können. Mit düsterer Entschlossenheit trennt Jackson den Finger des gefangenen Aliens ab, ein düsteres Opfer, um das überirdische Portal zu aktivieren. Als sie den abgetrennten Finger auf den Schutz legen, sehen sie mit Erstaunen zu, wie er in der Luft verschwindet, von unsichtbaren Kräften nach oben gezogen. Jackson erklärt, dass dies der Mechanismus ist, durch den die Aliens zur Erde gerufen werden, und er bringt Licht in die rätselhaften Ereignisse, die sich entfaltet haben. Mit dieser beunruhigenden Entdeckung wird das wahre Ausmaß der Anwesenheit der Aliens klar, und Jackson und seine Begleiter ringen mit den Auswirkungen ihres neu gewonnenen Wissens. Als die Aliens materialisieren, ist Jacksons erste Impuls, ihnen direkt gegenüberzutreten, doch als er die außerirdischen Wesen erblickt, durchdringt ihn eine tiefgreifende Erkenntnis. In einem transzendenten Moment wird Jackson von einer Vision überwältigt, die eine unbestreitbare Verbindung zu den Alien-Entitäten enthüllt. In einer überraschenden Enthüllung begreift Jackson, dass er nicht einfach nur menschlich ist, sondern mit den Wesen verflochten ist, die er einst als Feinde betrachtete. Die Offenbarung erschüttert ihn bis ins Mark und verändert für immer seine Wahrnehmung von sich selbst und seinem Platz im Kosmos. In einer atemberaubenden Wendung erkennt Jackson, dass er nicht von dieser Welt ist, sondern selbst ein Alien ist. Seine Reise der Selbstentdeckung führt auf die Begegnung seines Vaters mit außerirdischen Wesen zurück, und es setzt sich eine Kette von Ereignissen in Gang, die sein Schicksal für immer verändern würden. Darüber hinaus kommen Enthüllungen über das tragische Schicksal von Marias Kindern ans Licht, die aufgrund ihrer alienartigen Herkunft ums Leben kamen, eine Wahrheit, die selbst den Medizinern unbekannt war. Trotz dieser Enthüllung fleht Francis Jackson an, seine Menschlichkeit anzuerkennen und versichert ihm, dass er trotz seiner Herkunft die Essenz eines Menschen besitzt und seine Identität nicht aufgeben sollte. Nach diesem Austausch positioniert sich Colt im Obergeschoss, um die Bewegungen der Aliens zu überwachen. Doch das tragische Unglück schlägt zu, als die Aliens ihn rücksichtslos eliminieren, sobald sie eintreffen. Unterdessen bricht unten im Chaos aus, als Francis plötzlich von Jackson überfallen und außer Gefecht gesetzt wird. Unter Ausnutzung des gefangenen Aliens als Pfand begibt sich Jackson auf einen verzweifelten Versuch, die Rückkehr seines Sohnes, Jona, zu sichern. Mitten im Chaos entfaltet sich eine erschreckende Szene, als das finstere Alien Marias Bauch streichelt und ihre Schwangerschaft enthüllt. Als Francis wieder zu Bewusstsein kommt, realisiert sie, dass das gefangene Alien verschwunden ist. Hastig sucht sie nach den anderen und findet Maria, die ihr von Jaxons Handlungen berichtet. Francis versichert Maria, dass sie ihren Sohn Jona zurückholen werden. Nachdem sie Maria verlassen hat, ist Francis alarmiert, Blut an der Wand zu entdecken, wo Colts Leiche liegt. Draußen vor Jaxons Haus tauscht er das gefangene Alien aus, um die Rückkehr seines Sohnes zu sichern. Nach der Wiedervereinigung mit seinem Sohn werden Jaxons Absichten düster, aber Francis interveniert, richtet eine Waffe auf ihn. Maria schießt von hinten auf Jackson und drängt Francis, sie in Ruhe zu lassen. Als die Aliens plötzlich abziehen und zusammen mit ihrem Gefangenen aus dem unirdischen Feld verschwinden, bleibt Francis von den übernatürlichen Ereignissen geschockt und ringt mit der enormen Tragweite dessen, was geschehen ist. Als die Polizei am nächsten Tag eintrifft, teilt sie begeistert ihre Erlebnisse der vergangenen Nacht mit und hofft, Licht auf die mysteriösen Vorkommnisse zu werfen. Zu ihrer Bestürzung stößt ihre Aussage auf Skepsis und Unglauben. Die Polizei lehnt ihre Behauptungen ab und führt sie auf eine vermeintliche geistige Ungleichgewicht zurück, anstatt die Gültigkeit ihrer Erfahrung anzuerkennen. Francis findet sich allein in ihrem Verständnis der Wahrheit wieder und kann andere nicht davon überzeugen, dass das, was sie gesehen hat, real ist. Als Francis nach Hause fährt, von Erinnerungen an Jonas beklemmenden Ausdruck gequält, fühlt sie sich von einer vertrauten Unruhe umgeben. Ihre Begegnung mit Maria und Jona lastet schwer auf ihrem Gemüt, ihre stumme Anerkennung der Wahrheit bleibt in ihren Gedanken haften. In einem Moment der Besinnung greift Francis nach einer Zigarette, einer Gewohnheit, die sie lange aufgegeben hatte. Die Handlung dient als ergreifende Erinnerung an die surrealen Ereignisse, die sie erlebt hat, und verschwimmt weiter die Grenze zwischen Realität und dem Unerklärlichen. In der letzten Szene vergeht die Zeit, aber das Gespenst der Vergangenheit bleibt präsent. Jonas ruheloser Geist führt ihn zurück in den Keller, wo sich Maria und Jona auf die Suche nach Antworten begeben. Unter der Erde stoßen sie auf einen Vorrat an Schilden, ein Zeugnis für die anhaltende Präsenz der außerirdischen Besucher und die Rätsel, die sie bergen.